Kunst der Haju Kunst der Haju folgt keinem Stil, keiner Form, keiner Kunsttechnik, keiner Vorgabe. Meine Kunst ist schlicht surreal, dada, spontan. Sie entsteht, wenn sie sich mir zeigt. Ich folge meinen Bildern und den Klängen meiner Gitarre. Meine Bilder, Bücher wie Musik geirren sich selbst, ohne Plan. Ich bin ihr Diener, Diener meiner Werke, meiner Bilder, meiner Bücher und meiner Musik. Kunstwerke brauchen der Ansichtigkeit, vor allem solche, die im Kleinen tiefe Einblicke zeigen, wie meine Gemälde, das Zauberbund zeigen. Die Bilder sind gleich Kinder des Künstlers, ja, sie sind von innen heraus geschaffene Wesen. Vom Herzen sinnlich auf die Leinwand gepinselt, ja, regelrecht geboren. Das ist Kunst der Haju. Das ist Kunst der Haju.